Wie, ganz schön windig hier, findet ihr nicht auch? Na, ich bin ja auch im Dorf Kusa, mal wieder. Willkommen wieder zurück zu Okami HD. Im letzten Part habe ich ja im Windschrei nach verstreuten Perlen gesucht und habe ich doch tatsächlich noch einmal gegen alle Satomi-Hundekrieger gekämpft. Oder besser gesagt, gegen die Kusa 5. Und ja, das war ein relativ heftiger Kampf, muss ich sogar zugeben, aber ich habe ihn gewonnen und wurde mit einer weiteren verstreuten Perle belohnt und jetzt geht die Suche weiter. Also, Perlen-mäßig sieht es ja schon gar nicht mal so schlecht aus. Die nächste verstreute Perle würde hier sein, die Nummer 37 und das ist bei der Zugbrücke. Da muss ich also das Nächste hin. Gut, ich glaube, da müsste ich auch wieder mit zum Spiegel hinkommen. Gucken wir mal. So, Nebelwarp-Technik. Genau. Und Teleportation. Okay. Der pennt da erstmal wieder. Gut, hier fehlen mir insgesamt sogar drei verstreute Perlen bei der Zugbrücke. Die 37 wäre, glaube ich, hier drüben beim Wasserfall in einer brennenden Truhe. Das ist gar nicht, warum ich die nicht habe. Vielleicht konnte ich damals, glaube ich, noch nicht die Wasserstrahltechnik einsetzen. Oder irgendwie so. Habe mich dann jedenfalls nicht mehr wirklich darum gekümmert. Also, hier beim Wasserfall muss eine... Ja, hier ist die brennende Truhe. Und die ist echt noch verschlossen. So, Wasser. Sag, das Wasser. Und zack, und da ist's. Verstreute Perle. Yay. Okay. So. Dann ist eine weitere da oben. Auf diesen, äh, steinernen Pfeiler da halt. Und da komme ich aber nur hin, indem ich mich von der Zugbrücke aus mit, äh, diversen Blüten und der Redentechnik hinüberziehe. Das ist gar nicht so einfach. Das habe ich nämlich schon einmal probiert und nicht geschafft. Aber da war auch die Zugbrücke noch nicht runtergelassen. Wenn die jetzt unten ist, müsste das ein bisschen einfacher sein. Es ist nur ein bisschen doof, da, ähm, bezüglich Kameraperspektive, alle Blüten auch wirklich gleich zu finden. Weil wir haben ja nicht viel Zeit, wenn wir da runterfallen, muss ich ja sofort die nächste anvisieren und mich da ranziehen. Sonst falle ich ja wieder runter. So. Seht mal, hier ist schon mal die erste. Jetzt ist nur die Frage, wo wäre dann die zweite Blüte? Ach, die ist dann da daneben. Okay. Gut, na, ich probiere das jetzt mal. So. Und Rebe. Genau. Und gleich von hier am besten. So. Aha, ja gut. So, die nächste. Und wieder die nächste. So schön Stück für Stück. So, und wo ist jetzt hier bitte wieder die nächste? Wo ist jetzt hier die nächste Blüte? Die sehe ich jetzt nicht. Wo ist die? Ach, die ist da unten. Kein Wunder, dass ich die letztes Mal nicht gesehen habe. So, Moment. Tinte auch wesentlich schneller wieder auf. Ansonsten kann man auch einfach einen Tintenstein verwenden. Dann hat man ja kurz unbegrenzt Tinte. So. Ah ja. So, diesmal scheint es ja gut zu klappen. So. Und die nächste Blüte. Die muss ich jetzt mal öffnen. So. Achtung. Zack, zack. Und wieder eine. Schwupps. So. Und hier ist die nächste. Und schwuppdiwupp. So, und da ist die letzte Blüte. Da müsste ich genau da landen, wo ich hin will. Und Achtung. Hui. Jawoll. Verstreute Perle. Geil, Mann. Ganz schön umständlich da ranzukommen, aber ich habe es geschafft. So, und jetzt befindet sich die letzte verstreute Perle bei der Zugbrücke am Ende des Flusses. Also am anderen Ende. Und die können wir sogar nur erreichen, wenn wir die Wassertafel haben. Die Wassersteintafel vom Kaiser. Die bekommen wir ja, nachdem wir 9 schon besiegt haben, für 100 Dämonen ziehen. Weil mit der Seerosenblatttechnik würden wir hier gar nicht rüberkommen. Weil die Strömung zu stark ist. Da würden die Blätter sofort abgetrieben werden. Und ich muss ja flussaufwärts. Deswegen würde das nicht funktionieren. Da brauchen wir unbedingt die Wassersteintafel für diese verstreute Perle. Das ist jetzt ganz am anderen Ende des Flusses. Aber da können wir einfach hinrennen. Wir können ja jetzt über dem Wasser laufen. Also auf dem Wasser laufen. So, Amy, beeil dich. Schneller. Ich kann mich ernsthaft, wenn man darauf kommen soll, dass ganz hier hinten so eine Mini-Insel ist, wo eine verstreute Perle vergraben ist. Ja, genau hier. Ganz hier am anderen Ende ist das. Ah, hier gibt es sogar noch einen Baum zum Blühen. Oh, plus elf. Sehr schön. Bisschen was zu essen. So. Dann sogar noch ein Kleeblatt, wobei ich ja jetzt eh keine Glückspunkte mehr brauche. Ich habe ja schon alles aufgelevelt. Das bringt doch nur fünf. So, und hier ist jetzt die Tour mit der verstreuten Perle vergraben. Und Knacks. Und da ist sie. Na bitte. Und jetzt? Aha, die Nummer 41. Aha, die ist bei der Ryoshima-Küsse genau wie die 44 auch. Okay. Ja gut. Dann geht es als nächstes zur Ryoshima-Küste. Alles kein Problem. Jetzt muss ich natürlich erstmal wieder aus dem Fluss raus. Aber wirklich, wenn man das nicht weiß, wie soll man darauf kommen, dass da hinten eine verstreute Perle versteckt ist? Das ist schon ein bisschen raffiniert gemacht. So. Komm. Wie wir da Hintergrundmusik hören. Das ist sonst etwas langweilig. Ja, schon besser. Das war's für heute. So, also, die verstreute Perle Nummer 41, die ist auch ein bisschen fies versteckt und ich glaube, dazu braucht man auch wieder die Wassersteintafel, zumindest ist es so deutlich einfacher und zwar befindet die sich auf dem versunkenen Schiff, ja, also nicht innen drin, da habe ich sie nämlich alle sondern auf dem Schiff außen drauf und, ähm, gut, dadurch, dass es jetzt natürlich keinen bösen Wassertrachen mehr gibt ist auch niemand mehr da, der uns irgendwie auffressen könnte, also, hui, so Sollte man natürlich auch machen, wenn noch die Flut da ist, dass das wirklich noch im Wasser ist, weil nur so kommen wir hier nämlich rauf Ja, also das ist nicht einfach nur Deko, das Schiff, da kann man wirklich drauf laufen Finde ich auch richtig geil Und ich glaube, hier waren sogar irgendwo noch andere Schatztum versteckt Seht mal, da oben So, die Frage, wie komme ich denn da jetzt rauf? Muss ich hier irgendwie hochkommen? Ah, hier Treppe gefunden Hey, ich sagte Treppe gefunden Hä, wieso geht das nicht? Das ist doch eine Treppe, Amy Kannst du aber nicht hochlaufen? Okay Verstehe ich jetzt auch nicht ganz Wieso geht das nicht? Was soll dieser Scheiß, Mann? Ah, vielleicht komme ich, aber hier komme ich rauf Okay So, Moment, ist jetzt hier hinten auch noch was? Ähm, nee, sieht nicht so aus Nö, ich glaube, dann war das nur hier oben Okay, also wir kommen nur Von hier hinten, dafür stehe ich auch nicht Warum machen wir dann hier so eine olle Treppe hin, wenn Amy die gar nicht nehmen kann? So, zwei Schatztruhen, in einer ist die verstreute Perle drin So, hier hätten wir Die verstreute Perle Yeah So, und hier haben wir noch was? Ah, ein goldener Pfirsich Mystische, fruchtfüllte Magen, komplett Ey, von denen habe ich Bisher fast nie einen gebraucht Denn dann nur, wenn ich einen ganzen neuen Magen gemacht habe Dass ich den gleich voll gemacht habe Okay, da oben, wie gesagt Verstreute Perle Nummer 41 So, und Die 44 Ist, ähm Achso, haha Die 44 Oh, weia Die 44 ist jetzt leider eine, die extrem viel Zeit in Anspruch nimmt Weil Das ist jetzt eine, die man bekommt Wenn man Nachdem man diese Banditenspinne besiegt hat Noch einmal in diese Höhle reingeht Also in dem Fall war das dort ganz hinten Weil wenn man da, wie gesagt, noch einmal reingeht Dann Bekommt man es dort mit einer Herausforderung zu tun Dann muss man nämlich, äh Ich glaube, wie war das? Zehn Teufelstore hintereinander schaffen Also quasi so Gegnerwellen Abwehren Und alle Gegner nacheinander besiegen Und darf die Höhle auch dazwischen nicht verlassen Wenn man das halt geschafft hat Bekommt man eine verstreute Perle als Belohnung Aber ich denke, das werde ich jetzt mal machen Hier war sowieso die erste Banditenspinne Hier müsste es, glaube ich, noch nicht so schwer sein So, das war jetzt hier hinten Hier war die Banditenspinne drin Seht ihr? Banditenspinne ist natürlich nicht mehr da Aber hier ist jetzt ein Teufelstore Und wie gesagt, das wird auch nicht verschwinden Wenn wir die erste Gegnerwelle abgewehrt haben Sondern das kommt dann immer wieder neu So lange, bis wir, glaube ich, zehn Gegnerwellen Hinter uns gebracht haben Und dann erst bekommen wir die verstreute Perle Ist jetzt aber Im Prinzip, glaube ich, hier noch nicht so schwer Aber es sind auf jeden Fall Deutlich stärkere Standardgegner da drin Als anderswo Also es war ja eigentlich immer schon so Dass bei Teufelstoren die Gegner einfach ein bisschen stärker waren Also sie hatten mehr Lebensenergie und so Aber hey, ich habe immerhin hier die Arktisperlen Meine stärkste Perlenkette Also gibt es gleich ordentlich auf die Fresse Macht euch bereit, Leute, es geht los So, hier natürlich noch die Standardgegner Krümer Teufel So, die sind natürlich noch Extrem schwach Aber hier kommen schon die nächsten So, komm, ich will euch mal anpissen Und natürlich bekommen wir immer noch Geld Darf man nicht vergessen Das sind ja normale Kämpfe So, und die nächsten Schlitz Also hier kann man quasi auch wunderbar die Mondszine fahren Wenn man noch welche braucht So, das war jetzt nur eine Gegnerwelle, Leute Seht ihr? Das war nur eine einzige Gegnerwelle Und das Teufelstore ist wieder da Also muss ich da jetzt gleich nochmal rein Und da sind die nächsten Gegner Boah, gleich zwei von den gelben Teufeln Voll fies Hey, nicht vergraben, verdammt Ich habe euch doch angemalt Was soll denn das? Und ich sagte Es holt Und Blitz Teht an ihn nicht Das war schon Geh, geh, geh Leute Es wird ja nicht Geh, geh Nicht Droh Geh 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 So, zweite Gegnerwelle, abgewehrt. So, und weiter geht's. Ich möchte das aber ehrlich gesagt nicht schneiden, weil sonst geht ja die ganze Action verloren, oder? So, ich kann natürlich auch, weil es einfach lustig ist, hier mal Exorzismus M einsetzen, hier, zack. Ich kriege mal so richtig schön wie. Und Schlitz! So, vom Anpisten. Ja, genau. Richtig schön ins Gesicht strudeln. So, spürt die Macht meiner Arktis-Perlen und verreckt's. Loslassen! Stinkefische, ist das eklig. Das ist super geil. Yeah, Brickdance! So, spürt die lieutenant. So, senken Sie's? ... ... ... Das war's für heute. 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 Schlitz! 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 Und wieder mal geschafft. Was, das war es immer noch nicht. Na sowas. So wie viele Dämonen sind, habe ich jetzt eigentlich schon. Uh, 78 wieder, na immerhin. So, nochmal rein. Ich habe noch nicht genug. Und oh, ach, die sind auch noch dabei. Okay. Okay, die Feuer-Augen und die Eismünder. So, Moment mal. Feuer auf Eis, wenn dann. Wow, nein, nicht. Nicht, 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 nicht. Nein, hört auf, verrahmt. Zeitlupe. Buh! Jetzt reicht's aber hier. Was ist hier los? Mann, ich sollte mich nicht immer einziehen. Das ist Missgeburt, die Verdammten. Hört auf. Und Zeitlupe. Na, warte. Jetzt kommen hier ganz viele von denen. Schlitz. Okay, Moment. Erstmal mit Vergeltung. So, legt zeitweise Angriffe ab. Mann, ich soll eine Zeitlupe, verdammt nochmal. Und Schlitz. Und Wind, bitte. Können Sie das? Hm. Und tschüss. Ich sag dir tschüss. So, ich glaub, das war's jetzt. Jupp, das war's. Leider immer noch nicht ganz. Das gibt's doch nicht. Okay, einmal noch, hoffentlich. Ich hab jetzt nicht mitgezählt. Oh Gott, ich glaub, jetzt kommen hier nochmal alle auf einmal. So, komm. Und Stahlforszsacke. Jetzt gehen die ja noch schneller down. Oh Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 Wow, noch welche! Holy shit! Zeig mir jetzt völlig nicht deinen hässlichen Arsch! Ich glaube, das müsste jetzt die letzte Welle sein, weil hier sind es nur mehr schwarze Teufel. Und Schlitz! Ah, da kommen immer mehr! He's firing his laser! Verdammt nochmal! Verdammter Sack! So... Ich glaube, das war's jetzt. Ja, und Goldner Physik habe ich auch noch bekommen. So... Puh, Leute, endlich geschafft! Ich weiß, es hat verdammt lang gedauert, aber hier ist sie nun! Die verstreute Perle! Ja, und das muss ich jetzt, wie gesagt, noch einmal dann an der nördlichen Rioschimer Küste machen, weil da war auch eine Banditenspinne und... In Kamui, da habe ich die Banditenspinne noch nicht mal gefunden, aber wenn ich die besiegt habe, muss ich das dort auch noch machen. In Kamui wird's natürlich am allerheftigsten! Aber wenigstens habe ich das hier mal geschafft! Gut, Leute! Der Part ist eigentlich von der Länge her genau richtig, dass ich ihn jetzt auch beenden möchte. Und... Ja, wie gesagt... Zwei weitere von diesen Teufelstor-Challenges erwarten mich halt dann noch. Und die muss ich auch unbedingt machen, wenn ich die verstreuten Perlen da haben möchte. So... Aber jetzt wird erstmal gespeichert und dann werde ich diesen Part auch beenden. Also ich hoffe, es war jetzt nicht zu langweilig für euch, aber es wurde immerhin ziemlich viel gekämpft. War doch relativ actionreich. Also dann... So... Überschreiben... Ja... Und dann sage ich mal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Okami HD! Macht's gut, Leute! Tschüssi!